Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Anzing. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Mit einer Wohnfläche von ca. 104 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.125 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.